hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars mit mir dem torben wir spielen heute auf der map wonderland größe 4x3 und einfach mal wieder eine runde badwars ich versuche wieder regelmäßig videos zu machen täglich und ja mal gucken ob ich das so durchziehen kann ich habe mir auch ein kleines thema für diese folge rausgesucht und zwar wollte ich und zwar wollte ich ein bisschen mit euch über die 1.9 reden haben schon viele gemacht aber ich dachte wenn es so viele machen gebe ich einfach auch mal meinen senf dazu wie finde ich die 1.9 ja also ich denke so ein richtig allgemeines urteil dazu kann man sich noch nicht bilden also zumindest ich nicht ich habe bisher auf einem snapshot die maus probiert auf dem ersten oder zweiten glaube ich und muss sagen tatsächlich hat es mir mit dem schwert auf landen nicht gut gefallen aber ich denke das stand auch schon vorher fest weil ich habe mich in minecraft jetzt einfach an dieses schnelle pvp zeug gewöhnt und da umzustellen auch so was langsames ist einfach nicht drin zumindest erst nicht wir sind auf jeden fall richtig schnell damit das gut und dann kam mir jetzt noch das update was auch noch mal viel aufgeregt hat also der snapshot nämlich die veränderung der schadenswerte so das war so moment wo ich mir dachte also wo ich mir zum einen dachte okay kann man machen aber zum anderen what the fuck warum ich weiß dass blaue hinter mir sind warum tut man das weil es kann auch nicht sein es kann doch wirklich einfach nicht sein dass eine schaufel mehr schaden macht als ein schwert oder leute wie haltet ihr das was haltet ihr davon eine schaufel macht glaube ich 7,5 der match und ein verkacktes schwert macht sieben weiterhin ein diamantschwert wir gehen jetzt mal von diamants sachen aus und damit kam ich irgendwie nicht klar weil das geht auch einfach nicht also mein kopf versucht realistischer zu werden mit dem schwert aufladen und so einem dreck und dann hauen die auf einmal raus das ist so eine schaufel mehr der menschen macht als ein verkacktes schwert im mittelalter haben sich da auch keine schaufel gebaut um leute zu töten die haben sich schwerter gemacht das kann nicht wahr sein leute also ich habe im moment kein schwert und keine schaufel verdient so wie ich mich gerade das war ein bisschen doof also wenn ihr wissen wollt wie man bogen opfert ich höre schritte ich höre doch keine schritte ist glaube ich war nur vom bildscher ja so kann man bogen opfern und ja um das thema weiter anzusprechen es kann einfach nicht sein oder eine schaufel macht mehr schaden als ein verkacktes schwert ja davor hat eine schaufel vielleicht gar keinen schaden gemacht so diamant hacke fällt hacke macht null schaden also macht extrem wenig schaden nur noch jedoch hat sie auch die geringste aufladezeit was sie als waffe aber trotzdem nicht interessant macht glaube ich da sie einfach nur ein schaden oder so macht und das ist dann trotz der geringen aufladezeit einfach zu wenig wenn sie jetzt zwei machen würde oder drei ich glaube dann werde ich für viele ganz interessant geworden aber so besteht glaube ich wenig interesse an der waffe ok double kill würde ich mal sagen weiterhin wenig interesse an der hacke fällt hacke spitzhacken macht auch noch wenig schaden fünf stück glaube ich an der elza fünf herzen fünf halbe herzen ähm auch relativ wenig wenn man bedingt ne es ist ok fünf sind ok ähm und äh den meisten schaden macht er jetzt eine axt meine freunde eine axt hat die längste aufladezeit aber macht auch den meisten schaden das finde ich sogar noch ganz in ordnung weil eine axt kann ich mir vorstellen dass sie viel schaden macht ich möchte zumindest keine auf den kopf bekommen ähm da kann man auch im mittelalter sagen kann man auch sagen dass sie realistisch geblieben sind weil im mittelalter hat man auch streitechse gehabt nur finde ich trotzdem das passt irgendwie nicht zu minecraft in minecraft braucht man sich eine axt um holz abzubauen aber nicht um zu kämpfen ich finde die schwerter hätten weiterhin das stärkste in minecraft sein sollen keine ahnung weil auf der anderen seite ist es jetzt ganz cool weil es wird jetzt automatisch unterschiedliche pvp typen geben es wird keinen mehr geben der einfach auf ein schwert strebt und dann einfach voll drauf hämmert es wird unterschiede geben es wird typen geben die kämpfe mit schwertern und einem schild und leben dann von der mittel geringen aufladezeit sage ich mal und von dem einigermaßen gut damage das macht dann wird es aber automatisch typen geben das werden absolute achskämpfer die leben einfach nur von dem ultimativen damage das kann nicht sein nein wie dumm war das denn die einfach nur von dem ultimativen damage leben ist die axt macht und dann in den zeiten wo die axt auflädt werden die ihr schild benutzen so das sind so glaube ich die zwei main typen ich denke es wird keiner mit einer schaufel kämpfen um ehrlich zu sein weil ich denke damit kann sich keiner anfreuen und es ist auch nicht so ultra krass glaube ich eine schaufel macht tatsächlich ja trotzdem mehr der mensch hat das schwert also ich weiß nicht ob es tatsächlich typen geben wird die anstatt ein schwert mit der minimalen mehr aufladezeit der schaufel leben und dafür 0,5 mehr damage machen bezweifle ich stark könnte natürlich sein wird man dann alles sehen wie sich das entwickelt es wird auf jeden fall eine große umstellung werden allgemein jetzt nicht nur das mit dem aufladen auch wenn man kämpft und sich dann auf verschiedene typen einstellen muss könnte einerseits ganz cool werden ist auf der anderen seite aber auch ziemlich ja ist halt neu normalerweise war minecraft immer draufhauen so schnell wie es geht jetzt ist es takte jetzt richtig taktisch geworden also so taktisch weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht das war jetzt ein bisschen ach das gibt es doch nicht dass er mich dann auch noch trifft ich wusste dass auf mich zielt ich tue es jetzt einfach hier rein dann habe ich das wieder passt auf leute doch nicht ja genau ich denke insgesamt macht es aber schon dass minecraft nicht mehr so wie mein kraft sein sollte es kann nicht wahr sein er schießt jetzt auf mich ich habe doch gar nichts und er schießt einfach schon in unsere base rein ich finde es ziemlich uncool muss ich ganz persönlich mal sagen weil er macht nichts anderes als er stehen und schießen tatsächlich und dann noch nicht mal treffen das ist nicht so stark so ich warte jetzt darauf dass sie wieder obwohl worauf hatte ich eigentlich lasse einfach mal zu team blau gehen wenn er mich nicht abschießt weil bei team blau gibt es ja lol alter ich werde von beiden seiten einfach beschossen warum denn 1 2 3 1 2 1 2 3 wenn ich es mal hinkriegen sollte dann noch ein bisschen bronze für some food sagt ok da bin ich wieder voll dann die 7er chest plate und den anderen rüstungs stuff einfach um mehr auszuhalten und dann natürlich noch ein 3er schwert und eine bessere spitze kann ich mir auch mal zulegen mache ich ja viel zu selten schreibt ihr mir sonst noch irgendwas was ich gebrauchen könnte eigentlich nicht ok ich bin echt gespannt auf die 1.9 also auf die kämpfe auf bad wars und so was wird alles neu werden bad wars muss ja gar nicht komplett bearbeitet werden wenn alle mit den schwertern dann kämpfen ich weiß nur nicht wie das wird mit dem schwert aufladen ehrlich gesagt das wird so anders keine ahnung man leute echt das kann doch nicht wahr sein dass ihr einen immer direkt instant durchschießt ich port mich jetzt nach hause ihr könnt mich auch nochmal tschüss so machen wir mal zu hause uns eine schöne zeit ne da sind wir doch wieder hab ein bisschen eisen mitgebracht hier kann ich in die kiste packen so im ende haben wir hier einen sicheren weg anscheinend that's good vielen dank dafür meine freunde kann ich jetzt natürlich gut gebrauchen um immer wieder ein bisschen eisen zu deliveren zack ok haben wir sicher rüber gebracht die 13 eisen das ist wichtig dass wir eisen sparen ok er schreibt hacker ist mir jetzt noch nichts spezielles aufgefallen mir ist nur der nervtyp da hinten aufgefallen der nicht mehr da ist jetzt nerven dafür die grüne in der mitte habe ich das gefühl wobei wir uns anschleichen konnten und zumindest einholen werden wenn nicht sogar den zweiten den zweiten haben wir auch ok den ersten den nächsten roten haben wir ok komm her boy ok den nächsten wohl leute ich muss essen ok ok der ist auch weg ok leute wir haben die mitte gerecht kann man sagen holy shit das war da war ich wohl kurz im destroyer mode ja ja lol lol er gibt mir eine combo einfach das glaube ich ja wohl nicht wichtig wichtig ist glaube ich dass wir denen das gold weg nehmen und jetzt versuchen nach hause zu kommen aber das sind gute bogenschützen komm lass mich nach hause lass mich nach hause bitte lass mich nach hause bitte lass mich nach hause oh yes ich bin home so 3 1 ready my friends zack 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 wow das war echt gut torben moment jetzt kann ich den ja runter schießen komm schon torben jetzt sehe ich ihn noch nicht mal mehr da ist er ok schade ich hätte den hätte ich einmal kurz ein bisschen skill gezeigt hätte ich den vielleicht bekommen können warum treffe ich den denn nicht lol der schuss sah immer aus als würde er zwei meter daneben gehen aber ok hab getroffen schön oh der ging an den block aber nicht vor ihm ist bitter gelaufen aber er denkt ja nicht dass er hier durchkommt oder das denkt er doch nicht oder ne also wenn er es gedacht hat hat er da aber falsch gedacht ach komm schon dann halt nicht wer schießen ja noch ach grün lebt ja auch noch ne die sollen aber kein gold haben da hab ich aber was gegen ähm stimmt grün lebt auch noch ich dachte wir hätten nur noch team rot als Gegner ähm ist jetzt nicht so cool muss ich ganz ehrlich dazu sagen schöner kick schöner kick jetzt kurzes überforderungs ding von torben ich weiß nicht auf wen ich zielen soll ok ich denke den habe ich ein bisschen angst gemacht so wir kriegen jetzt gleich noch einen bogen das heißt ich werde die chance nutzen mal gucken ob ich die mitte halten kann ne in zweitem ist es ja eigentlich nicht so schwer aber jetzt kommt direkt einer mit schwert ok hab ihn ist abgewehrt der erste angriff da kommt der nächste ich habe den bogen nicht auf der 2 den habe ich aber auch abgewehrt ich komme schon nicht klar dass der bogen nicht auf der 2 ist das muss ich kurz ändern so weil ähm das geht einfach nicht ich muss vom schwert direkt auf dem bogen scrollen können um solche rasche angriffe zu verteidigen anders ist das nicht machbar für den tor bin der ist dazu gewöhnt gewohnt whatever ok den haben wir ich muss gleich auch das gold einsammeln bevor die jetzt gleich irgendein opfer hinschicken ok dann wäre ich im endeffekt halt das opfer ne komm so nicht kriege ich einen von denen ich treffe die so oft hä loll ich dachte ich dachte die todesmeldung wäre er ok einer von uns hat das spiel verlassen es war klar dass es wieder mir passiert finde ich nicht fair so du baust den weg bitte nicht wieder komplett war kurz gelaggt ähm ok das sammle ich hier nochmal direkt ein ich weiß nicht ob das jetzt so eine gute entscheidung war oder ob das eher nicht so eine gute entscheidung war gerade rechtzeitig im allerletzten moment 10 gold habe ich da möchte ich gerne noch ein bisschen länger bleiben Aua das ist doof gelaufen weil jetzt kommen sie alter er kommt ja richtig boah fuck er hat mich leute er hat mich oh sorry aber warum passt mein mate auch nicht auf sowas auf er steht da mit dem bogen hätte den perfekt runterschießen können und dann lässt er mich wieder als ob mir jetzt in die base gespampt wird habe ich das bei euch gemacht wenn er es auf dem auf den eisen spawner da macht alles klar habe ich kein problem mit halt doch nicht in die base bitte Leute das ist doch ein zeichen von uncool halt ach gottchen ach gottchen wie lange soll das denn noch gehen ich habe schon kein bock mehr auf diese runde ich habe schon kein bock mehr weil was passiert hier in mine kraft ja wie sollen wir das schaffen jetzt haben wir unser gold verloren womit wir die chance auf oh nice ok aber ich darf mich nicht zu früh freuen die bewachen halt leider alle ein und aus gänge mit ihrem nerv bogen nochmal hex aus er hat keine hex aber vielleicht ist es auch nur ablenkung für mich zack zack wow also er schießt ok ich habe ein bock leute ich habe wieder ein bogen haus und sogar ein eisenstreck glaube ich obwohl ne ich hole mir lieber den hier um mehr damage außer distanz zu machen lohnt sich glaube ich bei den typen echt weil die gehen glaube ich nicht so gerne in den nahkampf so jetzt kommen die die sich dann angesprochen fühlen weil die denken dass sie so bombe sind deswegen schreibt er werde oder er will einfach nur den hacker entlarven sage ich mal soll ja auch noch oh Mist ne dass ich gerade genau in dem moment gecatcht habe mein netter boy ok da gucken wir mal ob wir da irgendwas aufhalten können nein können wir nicht offiziell nicht so gut gelaufen aber den haben wir wieder erwischt im richtigen Momentchen so ich habe wieder keine rüstung das ist doof aber ich habe meinen bogen mehr brauche ich nicht jetzt versuche ich mir gerade was für ein eisenschwert zu sparen und wieder abzuhauen nice sollte es geschafft haben dann das hier für das Rüstung für den Rüstungsstuff ok jetzt wird es draußen windig mein Fenster ist die ganze Zeit offen wenn mich draußen einer reden hört der findet das bestimmt witzig nein aber mein Fenster geht auf dem privaten Bereich auf also sollte gerne hören es sei denn jemand versucht gerade bei uns einzubrechen das wäre nicht so praktisch ähm ok wir sind gut ekippt würde ich mal sagen und können uns dem kampf stellen lol danke aber ich habe halt keinen rückschlussbogen den bräuchte ich auch noch dann wäre mein lieben perfekt oh sie haben ja sogar noch einen bogen alles klar ich gehe schon wieder ich habe verstanden ihr wollt mich hier nicht ok das war ein bisschen gewagt da so frei zu bauen wenn du merkst wenn du merkst der hat ein oh fuck Junge wer trifft mich denn hier so gut das war seriously kann doch nicht sein ernst sein bitte lass mich überleben oh fuck sie schlagen direkt hinter mir ein die schüsse ok es war gut dass ich aus der mitte entflogen bin ich sehe gar nicht woher die schüsse kommen leute ist das was mich im oh Gott ok hier muss ich sowas bauen ok hier hinter bin ich sicher sei denn einer vom grünen bogen was keiner hat ok destroyer andy hat das spiel verlassen solange mein boy drin bleibt können wir alles schaffen ich weiß nicht woher die schüsse kommen meine leute meine leute meine freunde ich habe absolut keine ahnung ich sehe da keinen so leid es mir tut woher kommen diese schüsse oben vom baum auch nicht hä ich verstehe es nicht ich sehe ihn einfach nicht ähm komisch würde ich mal behaupten ich würde echt gerne auch zu den grünen gehen und die einfach mal dann vernichten wenn hier schon nichts passiert weil wir sind jetzt seit 20 minuten dran hat er im endeffekt ach er er schießt hier die ganze zeit wie so ein kleiner freshdecks muss ein bisschen aufpassen dass sich keiner von der seite anschleicht und mich gleich kickt darauf ach jetzt haben sie wieder zu zweit da hinten bögen das macht das ganze nicht einfacher Gott sei Dank konnten wir verhindern dass der von der seite jetzt auch noch schießt ok ich muss was essen das heißt ab in meinen rückzugsort und weiter gehts also macht das gerade keinen sinn wir schießen uns einfach die ganze zeit nur das ist eine richtig träge runde gerade eine richtig träge runde nein wieso chill dein Leben als ob er mich gehört hätte ist eine richtig träge runde und so passiert hier irgendwas ich dachte jetzt sich eine hingeportet aber da wäre dann natürlich auch die frage woher das gold nein da steht einer Gott sei Dank habe ich den im letzten moment gesehen na war aber nicht schlecht getarnt so na komm zeig dein schönes kleines köpflein auf dem muss ich auch immer ein bisschen aufpassen auf dem mal kurz zeigen dass ich auch auf ihn achte wobei die roten unser Hauptproblem sind leider ich glaube nicht dass sich da so schnell was dran ändern wird wisst ihr was ich mache ich bring erstmal den ganzen shit weg den ich hier gerade habe Junge ich bin doch bei dir chill da mal alles gut so upsala ja keine ahnung wie wir das machen sollen es passiert hier einfach gar nichts leider das ist doof gelaufen das ist bitter jetzt oder nie oh nein jetzt oder nie nein er hat richtig viel gold jetzt jetzt tot spam tot spam tot spam das ist doof gelaufen das war so ziemlich das böse was passieren könnte dass die jetzt von der anderen Seite auch noch einen Bogen haben jetzt mal gucken ich habe einen roten Bogen auf jeden Fall oh hier liegt aber noch viel Geld drauf ich bin schon in der Mitte wenn er auf rot drauf gehen will dann können wir es auch machen können wir auch durchziehen die Tour muss kurz aufpassen und am Boden bleiben hier mal so ach so stimmt die sind nur noch zu zweit drauf ja dann äh sollte das klappen ich sehe dich dahinter so jetzt the bow spam is real oh nein sie überleben ja einen Schuss gar kein Problem Moment oh nein das kann er nicht tun das kann er doch nicht tun was macht er denn ich komme doch hier alleine klar oh scheiße man so jetzt werden wir gleich alle kein Bett mehr haben weil ich renne jetzt direkt zu dem das andere bleibt mir gar nicht über ich geh mir nicht auf den Sack ok ok runter 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 und einmal den töten das ist doof gelaufen Tom das war sehr doof nein S-Poin da oben drauf dieser Dreckskerl ok jetzt hoch ok abbauen fuck ich bin richtig low und er kann mich da unten durch glaube ich treffen oder schießt da hoch oder er schießt da durch ok wenn du mir Zeit gibst zu raggen dann können wir hier einen gerechten Kampf machen ok komm will zum battle wir können uns eins liefern ich bin nur noch alleine mein Typ ist einfach drauf gegangen und jetzt hat rot einfach noch das Bett hätte er einfach mal auf unser Bett aufgepasst wäre das so kein Problem gewesen einen nach dem anderen von denen abzuarbeiten ich weiß halt auch nicht welchen Bogen er hat ich kann das gerade nicht einschätzen er hat mich halt noch nie getroffen aber ich habe Respekt vor ihm das auf jeden Fall ok er hat einen richtig guten zumindest den zweitbesten ob er den besten hat weiß ich jetzt nicht das war knapp wir liefern uns echt ein gutes battle er rennt weg das war ein Fehler tut mir leid aber sowas nutze ich dann natürlich aus mein süßer so das Problem ist rot sind zu zweit die ganze Zeit die Mitte und dann noch ein Bett ist doof gelaufen jetzt ich habe kein Gold außer 6 aber mit dem kann ich halt keine Enderperle kaufen oder so das bringt mir alles relativ wenig gerade könnt ihr jetzt höchstens versuchen hier kurz Theater zu machen ein bisschen Randale aber wir rennen durcheinander durch ok hab ihn ne er war der falsche ja wenn ich den tot habe das bringt mir gar nichts und mit gar nichts meine ich auch gar nichts tut mir leid ich muss ich jetzt kurz ein bisschen tot spammen weil ein anderer Boy zeigt sich nicht und ich habe keinen Bock jetzt ein Leben lang hier von dir gejagt zu werden nein bleibt weg so fangen wir hier gar nicht erst an was sein anderer versteckt sich doch jetzt nicht die ganze Zeit oder kann er jetzt nicht machen wir müssen doch eh irgendwann kämpfen danke ein Schuss hat er Boah Junge was soll ich denn machen zeig dich doch mal da ja ok wenn ihr mir jetzt den Weg hier frei durch lässt ok na komm den kriegt er jetzt wohl down ich habe ihn down ok ok das machen wir zu jetzt müssen wir uns richtig beeilen nice richtig schön Torben oh und zack boah Leute was habe ich gekämpft was habe ich gekämpft huiuiui ich hoffe es hat euch gefallen 28 Minuten das ist ein Auftakt Leute lasst eine positive Bewertung da wenn es euch gefallen hat und abonniert um nichts mehr zu verpassen boah mein Herz pocht gerade ziemlich stark ja Leute wir sehen uns beim nächsten Mal wieder haut da rein und ciao